ALERTER! ALERTER! ANTI-FASCHISTER! Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! Say it loud, say it clear, refugees are welcome here! Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg! Die Bundesregierung sagt dazu nichts außer unterstützenden Worten für die sogenannte Übergangsregierung in Kiel. Russland versucht aus der Situation eigenes nationalistisches Kapital zu schlagen. Wir sind nur auf der Straße in Solidarität mit den Menschen in der Ostukraine und auch in der Westukraine, die sich gegen jeden Nationalismus wehren und die nicht akzeptieren wollen, dass erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg Faschisten offiziell in einer europäischen Regierung sitzen. ALERTER! ALERTER! ANTI-FASCHISTER! ALERTER! ALERTER! ANTI-FASCHISTER! ALERTER! ANTI-FASCHISTER! NAZIS Gstar! ALERTER! Antifaschistik! Wir sind alle Antifaschistik! Wir sind alle Antifaschistik! Dort sind bis zu 100 Leute bei lebendigem Leid verbrannt, beziehungsweise wenn sie sich retten konnten, vor dem Gebäude von Nazis erschlagen worden oder erschossen worden. Anstatt der Übergangsregierung in Kiew jegliche Unterstützung zu entziehen, verschweigt die Bundesregierung diesen Maschenrohr. Wir wollen uns solidarisch zeugen mit allen Menschen in der Ukraine, die sich gegen Nationalismus und Faschismus organisieren und wehren. Kein Meter von nationalistischen Konzepten. Doch die antinationale Solidarität! Und die antinationale Solidarität! Faschisme KG, homo, homo, homo! Faschisme KG, homo, homo, homo! Faschisme KG, homo, homo, homo! Faschisme KG, homo, 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 homo! Faschisme KG, homo, 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 hom E-L praktisch ist neu.... wiedermit der nazis illness nein wegt die jäm intent nein wirvey überall Geht mir aus, die sich auslösen, zurück, schein für uns, zurück. Geht mir aus, die sich auslösen, zurück, schein für uns, zurück, schein für uns, zurück. Die Antinationale von der Antidakionale.